Rote Rosen, Anke startet einen perfiden Racheplan gegen Katrin. Lüneburg, die Olympischen Winterspiele sind vorbei, ab jetzt läuft wieder alles nach Plan. Ab sofort startet die ARD-Telenovela Rote Rosen wieder von Montag bis Freitag durch. Wie schon zuvor muss Anke, Anne Brändler, 49, in der neuen Folge Racheengel das neue Glück von Katrin, Nicole Ernst, 49. Und Florian, Stefan Klepp, 54, immer wieder mit ansehen, sehr zum Bedauern ihrer Mutter Dörte, Edelgard Hansen, 67. Aber Anke will sich das nicht mehr gefallen lassen und startet einen Rachefeldzug, bei dem sich Dörte zwischen ihr und Katrin entscheiden soll. Philipp, Marc Schöttner, 39, setzt seinen Vater unter Druck. Er soll Amelie, Lara Isabel Rentink, 35, und Britta, Jelena Mitschke, 43, endlich sagen, dass er noch lebt, sonst erhält er nicht den Anteil am Verkaufspreis seines Bildes. Jakob, Mathieu Carrière, 71, ist darüber verärgert. Als er aber Amelie gemeinsam mit ihrem Bruder Philipp sieht, ist er von der Situation um seine Kinder sehr berührt. Hannes, Klaus-Dieter Klausnitzer, 83, hat aufgrund des vom Himmel gefallenen Geldes Angst in seiner Laube zu schlafen. Daher quartiert er sich in der WG ein. Nach einer Grundsatzdiskussion mit Franzi, Sophie Juncker, 23, sorgt er aber dafür, dass sie die WG verlässt. Am nächsten Tag bittet Hannes die kampferprobte Soldatin, für ihn in seine Laube zu gehen. Dabei trifft sie tatsächlich auf einen Einbrecher, den sie überwältigen kann. Doch der Dieb ist ausgerechnet David, Arne Rudolf, 32, STSS kommt zum Kuss und Franzi will noch mehr. Der Vater von Britta und Amelie ist am Leben, Jakob Fährmann gibt sich zu erkennen. Am Dienstag will Philipp in der Folge Gewissensbisse nicht weiter für seinen Vater lügen und sucht, von seinem schlechten Gewissen begleitet, die Nähe zu Amelie. Die erfährt allerdings von Britta, dass er den neuen Fährmann verkauft hat. Punkt nur mit einer Notlüge kann Philipp sich retten. Weil Amelie sich hintergangen fühlt, kommt es zum Streit. Jakob Fährmann, der für die ganzen Differenzen verantwortlich ist, gibt sich darauf hin zu erkennen. Er lebt. Dörte wird von Anke unter Druck gesetzt. Sie soll Katrin die Wohnung kündigen. Sie hadert zwar mit der Entscheidung, will aber ihre Tochter nicht verlieren. Schweren Herzens bittet sie Katrin ausziehen. Mia, Leni Beudener. 19, ist schockiert. Weil Franzi und David weder in der Laube sind, noch von sich hören lassen, ist Hannes in großer Sorge. Doch die beiden haben einfach nur Sex und keine Zeit für den alten Mann. David hofft nun auf mehr Nähe zu Franzi, doch die hält ihn weiter auf Distanz. Dina, Katja Frenzel, 47, fühlt sich gekränkt. Daher sagt Ben, Hakim Michael Meziani, 54, Anke die Meinung. Die Fronten zwischen den Frauen sind jetzt verhärtet. Hannes ist wie vom Erdboden verschwunden. Am Mittwoch in der Folge Enttäuschung und Hass können Britta und Amelie nicht fassen, dass sie nach so langer Zeit ihrem Vater wieder gegenüberstehen. Britta ist mit ihren Gefühlen überfordert, in Amelie hingegen erwachen Enttäuschung und Hass. Aber nicht nur auf Jakob, sondern auch auf ihren Bruder Philipp, weil der die ganze Zeit die Wahrheit verschwiegen hatte. Schließlich distanziert sich auch Britta von ihrem Vater, bis er sie mit ihrem Geburtsnamen Sylvie anspricht. Hannes hat immer noch Angst, dass er von denen verfolgt wird, die es auf das Geld abgesehen haben. Franzi und David wollen ihm dabei helfen, die Kohle weiter wohltätig zu verteilen. Doch dann verschwindet Hannes plötzlich. Er wurde entführt. Mia kann immer noch nicht glauben, dass sie mit Katrin ausziehen muss. Anke erkennt jetzt, dass ihre Aktion ein Eigentor war, denn jetzt suchen Katrin und Florian nach einer gemeinsamen Wohnung. Dina bekommt Panik. Auf ihrer Hochzeit muss sie auf eine Torwand schießen. Von Leo, Daniel Hartwig, 43 Lässt sie sich gemeinsam mit Sarah, Antonia Jungwirth, 30, trainieren, doch das geht gründlich in die Hose. Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist mit dieser Rauner W1050 K15 Das ist mit der Verhöfe, die何re betreinander sie auf OftentimesTIen ist. BetrachtЧтоs Das ist mit der Dra thinner, bis zur Zeinfel. Die K inaugurерation Ab Land, wird ja mit der Kiti zuhause.